hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality hier auf grünfelder land unseren rp hat den gerade normalen franz zum zu diese produktion und danach hast du zeit für die ach willst du die taxi prüfung noch mal machen vielleicht später noch mal dafür was zeit nee du hattest ja letzte woche gefragt ob sie bei mir ein bisschen mitarbeiten kannst ja ich hatte zeit dann fährst du den leeren anhänger direkt oder damit einfach direkt zum wald 11 hallo dann bis später der schneider ja und jetzt weiß ich nur nicht wie ich mein auto darunter kriegt wo ist denn der hans du was mache ich denn mit dem auto kann ich das irgendwo bei dir noch abstellen ich wollte es dann demnächst dann stehe ich mal auf dem parkplatz dann geht tschüss so das war ja ein ganz guter deal den wir da gemacht haben mit dem auto haben wir ein bisschen gewinn gemacht ich wollte jetzt den ladewagen holen genau da war doch was dann hole ich jetzt mal den ladewagen und dann lassen wir den vom hans schätzen dann gehen das nicht irgendjemand wieso haben wir haben dieses ladewagen eingeschalten oder weiß mein ladewagen warum reagiert denn mein ladewagen Ach nö Zeig mir Schön das Lenkrad dahingestellt Jetzt geht es nicht Ah jetzt geht es Da fährt ein paar Lände lang Aber ich habe ja einen Blinker angehabt So liebe Leute Ab Freitag Beziehungsweise Samstag Könnt ihr die neue Version Grünfelder Land in der Version 1.1 Downloaden In der Version Werden circa 30 Produktionen verbaut sein Natürlich auch die Produktion Die wir hier im RP schon haben Aber auch noch einige mehr Da wünschen wir euch natürlich Viel Spaß damit Und Wir hoffen dass sie euch gefällt Down zu loaden Auf Mod Hoster wie gehabt Und auf Wahrscheinlich relativ bald Dann auch Beziehungsweise auch Durch echt tot sein Download Auf Verbitten Mods Da gibt es nämlich eine Kooperation Und Verbitten Mods hat gefragt Ob wir unsere Map auch dort hochladen wollen Und das wird man vermutlich auch tun So Also unser Plan heute Die Den Ladewagen verkaufen Vielleicht kaufen wir dann Gleich noch Nen Nen Anhänger Für Stämme Also eine Dolly Und Nen Lok Also so ein Kieflader Anhänger Ihr wisst schon was ich meine So ein Anhänger mit dem man eben Bäume transportieren kann In der nächsten Map Version werden natürlich auch einige Grasbestände hier an den Straßen entfernt sein Allerdings noch nicht alle Und Ja Wir werden einfach gucken Dass man nach und nach Oder dass sich nach und nach Die ganzen Gräser hier an der Straße So anpasst Dass sie eben nicht mehr auf der Straße sind Sondern tatsächlich nur noch Neben den Straßen Weil mich persönlich stört das ein bisschen Darum Wird ich darauf Oder bin ich da inzwischen auch schon dabei Das eben alles zu ändern Aber wie gesagt Das dauert ein bisschen Das ist alles Feinarbeit Ja Volker, warum? Hallo 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 Wo muss ich hier näher diese Hackschnitzel hinschütten? In welches? Da ist Wenn ihr auf das Gelände fährst Ja Ist direkt links So ein So ein Ne rechts Auf der rechten Seite So ein roter Schuppen Mit so roten Backsteinwänden Ne weil ich Warte ich fahre jetzt mal hinten rum Weil Ich bin hier gerade Wenn man reinfährt Vor mir ist so eine Rampe Ja da bist du falsch Wie? Wenn du Wenn du auf das Gelände fährst Ist direkt Ah da rechts Ja so ein roter Backsteinschuppen Der ist schon ein bisschen Zerfallen Äh ja Ah ja hier Genau da musst du rückwärts ranfahren Okay dann schütte ich es da rein Und dann komm ich Soll ich den Frontblader mitnehmen? Äh du hast selber einen gell? Ja Jaja dann bring den mit Ich fahre jetzt gerade mal zum Hans gleich Guck dass ich noch einen Ach Scheiße die Schläuche falsch angeschlossen Na Moment Ich Warte ich glaube ich kann noch nicht abschütten Ja so jetzt passt es bei mir Ähm Ich werde wahrscheinlich gleich noch so einen So einen Schwerlastanhänger für Baumstämme kaufen Ah ja Beim Hans Peter dann äh Gehts ordentlich vorwärts Also Also ich glaube ich muss da noch Schnell bei Menloot Die Berechte Äh die holen Die Schlüssel Zum Schuppen hinein Jo mach das mal Jo Und bis später dann Bis später Also ich muss jetzt sowieso erst nochmal zum Händler Ah ja Und ciao Oh Mist jetzt bin ich geblitzt worden ey 8 kmh zu schnell Mann Ich hab doch kein Geld im Moment Also was wir auf jeden Fall Nach dem Verkauf Vom Ladewagen Ähm Beziehungsweise Beziehungsweise Wird ja der Der Preis fürs Auto Direkt von unserem Gewinn abgezogen Den wir durch den Ladewagen machen Der Hans Peter zahlt uns einfach ein bisschen weniger Aber dann muss ich gerade überlegen Dann sollte man vielleicht überlegen Und wo direkt das Palettenwerk auch noch kaufen Lassen wir mal überlegen Ob ich dafür genügend Geld habe Dann arbeitet Schneider heute ein bisschen Oder diese Woche bei uns ein bisschen mit Der will auch ein bisschen Geld haben Also endlich mit seiner Schweine Schweine äh Schafsfarm auch ein bisschen Eigenständig wird Ach jetzt weiß ich Ich hab den anderen Anhänger dran Ich dachte ich hätte einen anderen dran Der ist immer ein bisschen unruhiger Auf der Hinterachse Der Traktor Wenn der Anhänger hinten dran ist Das wird man schon hinkriegen Da ist genau das passiert Was ich gerade gesagt habe Der ist unruhiger auf der Hinterachse Der hebt ein bisschen den Traktor an Und dann geht's ab die Post Wenn man hier das Gelände gefährt Dann geht's mir ein bisschen anscheinend Und dann geht's mir ein bisschen Was ich gerade bleib doch drin hans ja stehst du ja in deinem ausgang ich bring dir gerade den ladewagen wo ich letzte woche gesagt hat vorbei ich würde gern wissen was der bringt also ja dann wenn wir schnell morgen die ist auch die schale letzten gehabt dass mir schon überwiegen ist was noch mal habe ich immer alles gleich gemacht und kundig mal ja also ist 141.000 gerade so wie er jetzt hier ist ja okay willst du den kaufen erst mal oder 46 glaube ich 56.000 54 sorry dann nehme ich den ja dann ist er schick was zahlst du dafür also wenn wir 140 150 was 140 150 wer bringt jetzt hier so 111 141.000 und 80 ja ich würde 150 geben das sag ich zu über überweist mir dann nur 125 der muss sich auch mal einen neuen traktor kaufen das geht ja nicht gibt es nur 125 weil das auto haben wir ja gesagt muss man verrechnen dann bräuchte nämlich noch eine neue bestellung das passt so jetzt weiß ich noch nicht was von anhängerin nehmen so Bitte schön. Danke. Kannst du den Adorante empfehlen? Moment. Und der Anhänger nicht? Ja. Als Holztransporter. Also als Holzforstmaschine. Also bei Holz oder was? Ja. Okay. Der Milchmark ist eine Forstmaschine. Ich glaube, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, der lädt die Hunde selber ab. Ich bin mir aber nicht sicher. Achso. Ja, okay. Dann nehme ich den Timberrunner mit Breitreifen. Ja. Moment. Das ist das. Es sind 28.600. Ja, kommt aber noch eine Dolly dazu. Ja, eine Dolly. Das kriegen wir hin. Äh, Waruna LP, Dolly. Ah, ja, klar. Ich möchte das eigene nehmen, nicht? Die Felgenfarbe Jet. Hauptfarbe Onyx. Onyx. Ja. Ähm, mit Emblem. Und auch Breitreifen. Waruna LP, nicht? Nehme ich mal an. Hä? Waruna LP nehme ich an. Jo, jo. Bisschen Werbung. Irgendein Breitreifen, oder? Jo. Das macht er nochmal. 11.750. Statt zu. Was war das andere? 25,6. Äh, 28,6. Warte, ich gehe jetzt. Rechne mal gerade die Steuern aus. Ja, oder schnett. Aber ich nicht so viel zu tun. Also ich, ich kam auf... Ach, Mist, jetzt habe ich den Taschenrener schon zugemacht. Äh, 28,6 und 12... Die Bänden, 5. Moment. 7,5,9, gleich. Merk dir mal, 41,3,5. Warte mal, das schreibe ich mir auch. Äh... 41,3,5. Also das ist dann ein Zusammenherschnitt, ne? 41,3,5. Ja, also du kriegst von mir jetzt 8300. 8300, ja. Das ist Steuer plus Gewinnbeteiligung. Witz. 8300 jetzt. Danke. So, bitteschön. Danke. Äh... Hm? Oh, nee, alles ist... Und 50% gehen hier an den Start. Gut, dann Dankeschön und bis demnächst. Ja, bis demnächst. Viel Spaß mit dem Ladewagen, ne? Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.